und halleluja schaut euch das an wir haben jetzt fast alle zellen voll bleibt nur noch eine bzw die hälfte okay in der zwischenzeit können wir dann jetzt anfangen auch die nötigen maschinen zu bauen wir brauchen block breaker herr was da haben wir schon wetter kollektor und komposter jahre zieht müssen wir genug haben kohle auch ja gut dann lasst uns mal schnell zu machen nicht vergessen uns laufen die mobs rein gucken ob wir jetzt alles haben ich habe jetzt hier schon gummi klar gemacht machen wir plastik ein stack müsste müsste ausreichen dann unsere farm holz war fleißig ich habe jetzt jede menge holz ja ist auch ziemlich viel zeit verflossen bis die dinge voll wurden 45 stunden also fünf stunden mindestens ist jetzt die restlichen vielleicht 42 oder so bis der restlichen 22 dann nach kam also fast fünf stunden als gedauert naja egal so dann lasst uns schauen was brauchen wir wir brauchen natürlich block breaker und breaker wird er gebaut wir brauchen ach verdammt wir brauchen zum glück habe ich genug kurz 34 gold 4 gold wir brauchen 4 gold 4 gold wie sieht es aus unser philosophenschein ja da ist noch genug an energie sozusagen da also wir brauchen jetzt hier gold pro ein steak glaube ich bekommen wir ein gold oder zwei gucken wir gucken wir so zack 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 einmal obsidian dann 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 Eisen gut exakt pro steck bekommen wir zwei gold dann brauchen wir ein paar sticks sticks habe ich natürlich nur noch drei ich brauche mehr habe ich holz da ja holz habe ich jetzt habe ich machen uns ja ich denke mal vier stück ist mal reichen so eine spitzhacke nochmal das war doch eine und eine schaufel eine schaufel dann dieser komische hammer dann dieser komische hammer plastik hammer wir brauchen drei plastic sheets zwei sticks habe ich plastic sheets stop hier oben mit zwei stück ich habe ein bisschen plastik ja wir machen wir dann auch so machen wir dann vier plastic sheets äh ich glaube so war das nein so war das ja genau dann haben wir jetzt unser plastik hammer dann brauchen wir drei sheets und eine factory machine ein factory machine block factory machine block hatte ich hier zwei stück exakt drei stück davon da so lass uns mal schnell das dahin das dahin wenn ich mich nicht irre voila ein block breaker dann war wetter collector wetter collector dazu brauchen wir drei iron bars zwei eimer drei plastic sheets ein factory machine block ok eimer eisen brauche ich so machen wir uns dann 16 iron bars und zwei eimer äh plastic sheets so vier stück mal schauen zack unser wetter collector block breaker wetter collector und was war noch das das dritte man vergessen schnell gucken gehen ich hoffe wir sind hier kein monster so ach komposter ein komposter brauchen wir zack tür zu hier mal zwischendurch reinschauen ok so ein komposter schnell gucken komposter 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 was machen wir dafür wir brauchen zwei pistons ein offen drei plastik sheets eine factory machine block factory machine block wird aus drei steinblöcken äh glatten stein und drei plastik sheets gemacht äh nochmal zwei pistons ich brauche zwei redstone redstone ich hab schon mit gedanken gespielt ich hab jetzt so viel äh schwache sens äh ich glaub ich könnte sogar mehr äh ein paar redstone saplings zu machen ich glaub das machen wir auch gleich nachdem wir die tür aufgemacht haben damit ich dann so ich brauche was futter ich hab kein futter dabei komisch damit wir dann nicht ständig holz verballern äh für ein ganzes deck holz für ein redstone ist schon ein bisschen krass ne findet ihr nicht so wir brauchen äh zwei eisen exakt habe ich noch dann holz habe ich auch ich brauche jetzt nur noch ein paar cobblestones oben brauche ich dann noch äh glatter stein eins zwei drei dann setzen wir das ganze hier ein für plastik sheets kann man dann mach ich dann eins zwei drei vier fünf ach alles komm wir kriegen gleich genug also Plastik da also genug Plastik da so dann haben wir jetzt drei factory maschinenblock dann äh brauche ich zwei pistons die werden so gemacht eins zwei eins zwei eins zwei dann noch mal Eisen redstone eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei zwei pistons ein offen so und dann mal schauen voila so jetzt muss ich noch nach oben und unseren ach unsere motore sind sowieso schon überhitzt machen wir die aus und bauen unseren äh harvester ab hat hier gerade seine arbeit gut erledigt paar äpfel gefarmt paar setzlinge jede menge holz so alles klar dann haben wir alles ich denke mal die letzte zelle mit öl ist jetzt auch gefüllt also hoffe ich zumindest lass uns mal schnell gucken ist hier keiner da der uns dabei stören wird nein ok und ja so wir können unsere motoren hier ausschalten brauchen wir nicht mehr erstmal boah das hat lange gedauert so schmeißen wir dann das ganze hier rein harvester komposter wetter collector block breaker und seater 64 stück warten ein bisschen normal müsste jetzt hier ein schlüssel ach hurra wir haben den schlüssel so jetzt schnell aufmachen zack oh frische luft ja unser garten jede menge platz so so ich denke mal die was ist das überhaupt die die blumentöpfe die können wir dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich einsammeln noch aufsammeln so aha wir haben jetzt hier drei wechsler kupferessenz wird dann zu kupferohr nicht schlechte dann 10 und das dritte ist und bronze können wir gegen aluminium tauschen ok sieht schon lustig aus so jetzt will ich mal gucken haben wir unsere sachen zurückbekommen ja haben wir jetzt alles zurückbekommen ich meine für unseren äh haus habe ich jetzt eine verwendung aber für alles andere kein plan wozu das gut sein soll wir haben sie geschafft leute gut jetzt lass uns mal gucken der schlüssel so der schlüssel gibt die x achse ist dann 161 c 241 y 64 so wie war das nochmal mit nein das war screenshot so x y 64 ok das sollte dann irgendwo hier sein äh 248 249 164 165 163 aha so alles klar da haben wir ein paar Sits haha nimm uns ja das sind ja diese zwei äh netter bricks die wir gebraucht haben geil so die nehmen wir schon direkt zack und dann die ganzen Sits mal schauen was das überhaupt für Sachen sind so wir haben Kupfersit Glowstone Seat Redstone Seat und Teen Seat haha geil 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 so jetzt wird es auf jeden Fall lustiger da lass uns keine Zeit verlieren so ich mach jetzt so das Info aus so die Sachen auf jeden Fall nur einsammeln obwohl wir jetzt kein Kupfer mehr mit Bärchen zusammen brauchen aber trotzdem so ist keiner da? dann lass uns dann direkt die Sachen hin pflanzen ich würde mal sagen fangen wir von ganz hinten an hier setze ich dann unser Kupfer hin ach da sind Schleimer ach da sehe ich hier Binnenneste da ist Kaktus das wir brauchen um unsere wasserdichte Röhre zu bauen so dann haben wir Teen Seat setze ich dann hier hin und Glowstone und Redstone ich wollte mir doch gerade noch Redstone Seat machen brauche ich jetzt nicht mehr Redstone Seat kommt dann hier hin so alles klar lass mir dann die Dinger wachsen und gucken weiter was ist denn jetzt für uns sinnlos also am sinnvollsten weiter zu machen ich denke mal mit dem Tor das ist jetzt das einzige was wir jetzt hier schaffen können Recycler Aluminum Brass Redstone und Golden Chips jetzt ja ja ich frage mich wo ich jetzt äh ja okay aber hier nichts verpasst eigentlich gar nichts ne nichts ok dann muss ich gucken auf jeden Fall wir machen uns erst mal jetzt ein Lava Generator Cool Shout of Minim wo kam der denn hier äh wir machen uns jetzt äh ein Lava Jig Generator glaube ich heißt das Ding von Thermal Expansion Lava nicht Generator magma crucible magma crucible äh so was brauchen wir dafür äh zack 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 magma crucible da sehe ich das schon magma crucible so wir brauchen zwei netter Bricks zwei Kupfer Kupfer habe ich jetzt da kommt einer zu mir wieder ach da kommt die aus der Tür raus oder was wo kommen die hier ach ja die kommen aus der Tür Tür zu damit die uns hier nicht nerven ok dann weiter wo waren wir stehen geblieben wir brauchen ich setze erstmal unseren unseren äh Havas da wieder hin ist das der ja dann setzen wir dann dahin so gehen wir dem Strom das gleiche gehe wieder an habe ich die Dinger nicht vorhin ausgemacht hm Schlüssel dabei ja äh resetten äh fuck resetten dann paar neue Sitzlinge ok das mache ich jetzt hier offscreen dann machen wir weiter mit unserem magma magma crucible so jetzt weiter zu unserem magma crucible wir brauchen zwei Kupfer Kupfer habe ich gerade in den Ofen reingeschmissen damit die Nagels dann geschmolzen werden äh ja redstone wie heißt nochmal redstone reception coil zwei redstone wieder und gold eignet ne wisst ihr was ich hab jetzt wirklich so viel äh oder ne nicht zu schade ich hab jetzt ich hab da jetzt schon ein äh redstone setzling gut ich warte dann bis das jetzt äh aufwächst dann ist mir obwohl ne doch ich warte dann bis äh äh bis unser redstone strauch da also wir genug redstone essenz haben und um uns äh redstone kraften zu können haben und dann äh bin ich dann wieder da so youtube äh ich hab mir überlegt solange wir jetzt da auf ähm unser redstone warten dann kann ich mir ja auch meine farm etwas äh upgraden beziehungsweise ja ich hab mir überlegt dass ich mir dann äh hier noch ein plank da in der mitte hinsetze damit wir dann auch äh uns äh mit dem äh fällt hier so gut wie gar nicht dann halt beschäftigen müssen weil ich hab jetzt auch irgendwie äh werde jetzt demnächst denke ich mal auch was anderes zu tun haben als wie ständig hier gesetzlinge zu pflanzen deswegen ja lasst uns schauen was wir alles eigentlich alles für plant da brauchen äh ja plant da ja das jetzt ja das jetzt mod punkt mein factory factory hä ja lasst uns mal hier hier drüber mal über das hier und übrigens hier über das menü machen äh mod und dann brauchen wir dann äh mod den brauchen mein factory loaded wo ist das manchmal ne das brauchen wir nicht äh 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 ja hier fack ein bisschen verloren so mein factory loaded so was haben wir alles an an Maschinen so mach dich zu äh wir brauchen einen planter wie wird der planter gebaut äh wir brauchen zwei flowerpott schön wir haben jetzt hier die menge davon äh irgendwo habe ich ein paar jetzt eins hier hingeschmissen gleich gehe ich mir noch eins holen äh dann brauchen wir drei äh äh Plastikcheats ach schon wieder Pisten aber okay für diesen äh für das eine hole ich mir dann äh äh so so und äh und äh wir brauchen ja Rätseln für den Pisten was brauchen wir dann noch äh 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 und dann den Rest müssen wir eigentlich haben okay wie sieht sie aus die Maschinen laufen sich langsam warm ich habe jetzt hier die zwei äh 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 Stellung Engines auch angeschlossen damit unser Heverstein etwas mehr energy bekommt und auf einmal dann halt mehr also die Farm läuft jetzt schneller sag ich mal so okay lassen wir uns dann nicht ablenken so wir brauchen ein Eisen habe ich kein Eisen mehr hatte ich kein Eisen mehr äh 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 das kann nicht sein das kann nicht sein nur das habe ich äh wo habe ich Eisen hatte ich doch oder nicht in der Tasche nichts okay ich habe jetzt hier noch jede Menge äh was war denn ich habe kein Eisen mehr okay ich warte dann bis die Dinger geschmolzen sind und bin ich wieder da so und jetzt habe ich mein Eisen okay dann machen wir zu uns ein Pisten aha wir haben keine Bretter so drei Brettchen Redstone habe ich Cobblestone ah Cobblestone habe ich auch nicht ich habe kein Cobblestone in der Tasche man hier geht immer wieder alles verloren da fliegt nichts rum aber da würde ich nehme ich mir wieder einen halben Stack so mhm okay mach mal lieber so weil manchmal funktioniert das auch nicht mit dem über das äh so 1 2 1 2 dann brauchen wir Redstone 1 Eisenbahn zack okay was machen wir noch 2 Flower ich habe mir jetzt die Blumentöpfe geholt 17 Stück habe ich insgesamt 3 Plastik Sheets habe ich ich habe alles da hier gut voilà unser Planter ist fertig okay wir brauchen jetzt aber auch Stromleitung und dafür brauchen wir wieder Redstone Mann also mir bleibt nichts anderes über als zu warten denn es ist mir wirklich zu schade das ganze Holz dafür zu verballern um an das Redstone ranzukommen gut ich warte dann lieber und sobald da wir genug dann halt ein Redstone haben melde ich mich bis gleich so wieder da und jetzt schaut euch das an wir haben wir haben nur noch zwei Redstone Essenzen dann können wir uns Redstone kraften aber solange ich jetzt darauf gewartet habe ich da ein paar Sachen umgebaut hier ein paar Pilze gepflanzt vergessen dass ich da welche im ersten Rahmen das wir aufgemacht haben da oben in Blumentöpfen stehen gehabt ja was mir ist was Negatives aufgefallen und zwar unsere Coke Offen sind voll mit Creosote und ich weiß nicht wohin damit beziehungsweise wie wir die dann von hier aus bis nach da transportiert rennen können ohne ohne die Flüssigkeitstransportrohre ja ich habe jetzt lange nachgeguckt lange gesucht und mir ist was aufgefallen wenn wir jetzt unsere Dye Essence betrachten Sekunde hier wenn wir jetzt grüne Farbe haben möchten dann kriegen wir Cactus Green und aus Cactus Green können wir uns Dichtung machen womit wir dann unsere äh wie heißen die nochmal Wasser Transportrohre bauen können ok ja wie gesagt dafür brauchen wir natürlich äh ne Transportrohre machen wir keine Rätseln auf jeden Fall damit die Zeit nicht vergeudeln also uns nicht einfach so vergeht wir haben doch hier ein paar Blümchen und ich habe mir überlegt dass wir uns dann auch dementsprechend äh wie heißt es nochmal die die Samen machen also äh Dye Seeds äh wie werden die gemacht wir brauchen dafür 4 Regular Magic Essence dann rote Farbe oder gelbe Farbe je nachdem welche wir haben 2 Blümchen wo habe ich die hier unten glaube ich ja äh ja da können wir uns dann direkt auch dementsprechend äh unsere Dye Seed bauen ich brauche jetzt äh unsere Magic Essence also schwache Magic Essence mach jetzt daraus oh junge 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 1 2 3 4 wir können uns viele Sachen hier hier draus basteln nehm uns dann unsere Farbe und setzen das so zusammen und voila haben wir 4 Dye Seeds ha ha die geh ich jetzt mal schnell hin pflanzen und mal schauen vielleicht hat ist auch unser Redstone soweit ok unsere äh Dye Seeds Pflanzen so lange hier hin lassen die auch wachsen oh man jetzt hier rum zu sitzen um zu warten ist voll langweilig äh ich hab mir zwischendurch mal überlegt wozu wir überhaupt die ganzen Sachen da äh machen müssen und dann äh kam bei mir so eine Erleuchtung zum Bleistift äh lasst uns mal jetzt erstmal vom Block Breaker reden ihr könnt euch erinnern ganz am Anfang hier in dem Raum unten hatten wir auf einer Seite Lava und dann könnten wir das quasi mit Wasser halt ähm und Cobblestone generieren lassen und äh selbst abbauen hätten wir jetzt zum Beispiel den Block Breaker dahin gesetzt und daneben den Motto sprich irgendein Engine wie ich denke mal Redstone Engine glaube ich hätte ausgereicht äh für ganz schwachen Signal dann hätte der uns äh auch äh äh Cobblestone abbauen können das wäre jetzt das Erste aber natürlich wie gesagt da müssen wir jetzt noch äh äh ein äh engine dafür bauen vielleicht äh ich bin jetzt mir nicht sicher vielleicht hätte es auch nicht ausgereicht vielleicht hätten wir uns dann so ein äh äh so ein Sterling Engine bauen müssen und dementsprechend das braucht auch Kohle und äh alternative jetzt zum Beispiel unser äh Ignos Extruder ne äh ja Ignos Extruder ist viel besser da er ja da er gar keine Energie braucht der steht sich einfach steht in Ruhe und äh und äh generiert so seinen Cobblestone das wird zum Beispiel das Erste das Zweite ist dann unser Wetter Collector das ist auch eine äh 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 so eine Art ähm wie soll ich das sagen so eher so ein Regensammler oder beziehungsweise ich weiß jetzt nicht ob das jetzt ob es ohne Regen auch funktioniert äh lasst uns mal testen wir nehmen jetzt äh unseren Selling Engine setzen den hier dran schmeißt unsere Kohle rein und geben Redstone Signal Redstone Signal äh mal schauen Energie haben wir nein also wir brauchen wirklich Regen sobald wir Regen kriegen also sobald es regnet können wir dann äh äh mit dem Teil hier äh äh Wasser sammeln aber in diesem Fall ist halt eher sobald ist also wenn wir kein Regen haben können wir dann damit kein äh 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 wir bekommen kein Wasser Ich dachte das würde dann so eine Art äh 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 Kondensat aus der Luft sammelt ist aber nicht der Fall okay das wäre jetzt auch natürlich äh äh Alternative um unsere unsere Wasserquelle hier zum Beispiel unendlich zu machen aber unser äh 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 Hat zwar ein bisschen gedauert, lässt mich nicht lügen, keine Ahnung, zwei, drei Stunden, bis wir dann diesen Eimer Wasser am Anfang hatten, aber ja, das war die Mühe wert. Wir hätten dann kein, also wie gesagt, funktioniert jetzt auch ohne irgendwelche Nebeneffekte oder Nebenkosten. Okay, wie sieht es aus, Rätseln ist immer noch nicht gereift, Mann, das nervt. Dann habe ich mir auch noch überlegt, ja, meine Sachen, beziehungsweise mein Schwert oder auch mein Sekunde, was fressen, mein Schwert, oh, da sehe ich jetzt ein Nitro Creeper, oh, ist noch ein Creeper, verdammt, gehen ständig kaputt. Und es ist natürlich bei unseren, das war ein Nitro Creeper, ist auch drauf gegangen, sozusagen kostenspielig, ne, da unsere Sachen, wenn die kaputt gehen, braucht man Eisen, und Eisen ist in unserem Fall momentan zumindest eine Mangelware. Ich habe jetzt aber schon nebenbei, als Nebenprodukte quasi ein paar Nitro Essenzen bekommen, und wenn wir jetzt betrachten, was wir damit machen können, Wir können uns Mossy Cobblestone bauen, und falls ihr euch mein Tutorial, beziehungsweise mein Spotlight über Tinker's Construct, äh, geguckt habt, können wir aus Mossy Stones uns dann, äh, scheiß, wer ist das Ding? Für Tinker's Construct, äh, hier Ball of Moss bauen, machen, herstellen, äh, dementsprechend ist das ein Modifikator, der dann unseren, äh, Werkzeug und Waffen, äh, einen Buff gibt, sozusagen, äh, dieser Buff heißt, äh, Auto Repair. Das heißt, unsere Sachen reparieren sich von selbst, sobald die, äh, bei uns in der Aktionsleiste rumliegen, äh, das finde ich eine Top-Lösung, und vor allem, äh, Cobblestone haben wir genug, von den Essenzen, ist auch eine ganze Menge da, und natürlich, ich nehme mir alle, ich mache mir jetzt noch eine Magical Food, ist auch, äh, so ein Futter aus, äh, Magical Crops, falls ihr euch wieder mal meint, Tutorial, äh, äh, mein Spotlight gesehen, angeschaut habt, man kann aus dann, in dieser Version natürlich nur aus gleichen Sorte, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt uns Blackberry nehmen, dann nur aus Blackberry, äh, bei 164s kann man es ja gemischt machen, hier nicht. Wir setzen das dann so hin, und machen uns, ja, machen uns dann 6 Magical Food. Das Zeug ist gut, das gibt uns, äh, Soweit ich mich erinnern kann, äh, 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 stellt, äh, viel Hunger wieder her, äh, oder seht ihr, gibt uns Sättigung für 4 Punkte, und, äh, Buff für, äh, Heel Regeneration, äh, Stufe 3. Das heißt, wir regenerieren uns schneller. Äh, das ist für alle Fälle, falls ich, äh, mit einem, jemandem boxen, boxen, mich herumboxen muss, und dann, äh, zu viel in die Fresse bekommen. Gut, ich nehme jetzt an Cobblestone, und mach uns dann, äh, 1, 2, 3, ja, 24, ist okay, reicht. Machen wir uns dann schon mal für unsere, unser Ball, ja, für, für unsere Axt wahrscheinlich nicht, da ich jetzt, äh, meine Maschine hab, beziehungsweise meine, meine, meine Farben gleich haben werde. Momentan genug Holz, wie gesagt, erstmal ausgeschaltet. Äh, wir machen das auf jeden Fall für die Spitzhacke, weil hin und wieder brauchen wir, werden wir die gebrauchen. Und für unsere Waffe sowieso. So, ich mach mir dann, äh, äh, kann ich eh nur 2 machen. Dann, so, ich, ach, hier war mein Cobblestone, was ich gesucht hab. Äh, so. Unsere Spitzhacke. Dann müssen wir natürlich andersrum machen. Jetzt hier Auto Repair. Und mein Schwert. Mein Rächer. Gut. Soweit dazu. Nochmal schnell schauen. Haben wir denn endlich Redstone? Nein. Okay. Dann werden wir dann halt wieder warten müssen. Bis gleich. 1 2 1 2 3 3